Oh nein! Müssen wir das jetzt sendieren auf Twitch hier? Oder was passiert jetzt hier? Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslopfhammer bearbeiten. Eng, du siehst toll aus. Mach dir keine Sorgen. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Oh Gott, ich hab Angst. Die Hula. Diese Puppe. Softwareinstabilität, was? Eden Club. Ja, nice! Party! Aber wobei, hier ist ja gar keine Party mehr. Hier ist ja was passiert. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh Mann. Mhm. Wir kommen im Eden Club. Ja. Ja. Conor, dreht durch! Der weiß gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll! Conor, bleib ruhig! Überhitzung! Überhitzung! Systemüberhitzung! Wir müssen kühlen! Wir müssen... Ernsthaft, wir können die jetzt anschauen hier oder was? Warum? Okay, wir soll... Äh, äh, äh... Die sieht aus wie Nords ein bisschen, oder? Die sieht aus wie Nords ein bisschen, oder? Okay. Es ist das Zimmer. Es ist das Zimmer. Oh, äh... Übrigens... Beweise! Wir müssen Beweise sammeln! Wir müssen jetzt Beweise sammeln! Hallo! War der da richtig Bock zu tanzen, du? Konor! Was zur Hölle machst du da? Äh... Ermitteln! Wir ermitteln gerade! Hallo! Okay, komm! Ja. Achso, ich soll... Warte, ich muss... Ich komm leider da nicht vorbei! Ich muss leider außen rumlaufen! Warte, Hank! Ich komm gleich! Warte, ich bin gleich da! Ich muss leider hier gerade außen rumlaufen! Das ist... So, da bin ich endlich! Sorry, wir haben den Weg versperrt! Sorry! Auch nett! Ich mag den nicht! Ja, der mich bekam, als für ihn gut war! Hahaha! Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist! Na los, gehen wir! Die Musik catcht mich auf jeden Fall schon! Irgendwie riecht sie doch nach Alp! Was ein Pisser, ey! Nachtlieutenant! Was? Untersuche das Opfer! Untersuche den... Was? Boden? Ähm... Okay! Oh! Oh! Hey, 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 hey! Oh! Oh! Ah, Karna! Das ist hekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen! Wie der das auch immer so ganz langsam und gefühlvoll ablecken muss! Das ist irgendwie komisch! Hat der nicht einfach so einen Scanner oder so? Das ist doch scheiße! Schwer beschädigt, schwer beschädigt! Ja! Komplett tot! Einfach rip! Das Ding! Herzstillstand! Herzanfall! 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 Nicht die Todesursache! Das wäre auch ein bisschen... sehr... ...bescheuert! Michael Graham! Oh! 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 Hey, äh... Schwere Blutergüsse! Ersticken! Ersticken! Ist die Todesursache! Opfer wurde erwürgt? Okay... War das sie oder was? Die Todesursache war kein Herzinfarkt! Er wurde erwürgt! Ja! Er hat Druckstellen an seinem Hals! Aber das beweist gar nichts! Vielleicht steht er ja drauf! Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren! Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt! Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute eher weniger! Eine Minute?! Ach du Scheiße, Alter! Das können wir vergessen! Das geht auch jetzt wieder so nicht! Ganz ruhig! Es ist alles in Ordnung! Wir wollen nur wissen, was passiert ist! Ist er... Ist er tot? Sag mir, was passiert ist! Er fing an... ...mich zu schlagen! Wieder... ...und wieder... Hast du ihn getötet? Nein! Nein! Ich war das nicht! Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht! Ich war abgeschaltet! Ich... Ich habe nichts gesehen! Warst du alleine im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben! Das wollte er! Wir waren zu zweit! Dann hat der andere Android ihn erwürgt! Ist das richtig? Alter! Da war noch ein Android! Das ist vor mehr als eine Stunde passiert! Der ist längst weg! Nein! In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen! Sie könnte noch hier sein! Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Oh shit! Einer ist Traitor, Leute! Die da rumtanzen! Vielleicht ein Augenzeuge, jemand der sich aus dem Zimmer kommen sah oder so! Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat! Wenn dir was einfällt, sagt mir Bescheid! Irgendeiner von euch ist hier Traitor! Was? Was brauchen wir? Den zweiten Androiden braucht einen Menschen für Zugang zum Androiden! Hank! Verzeihung, Lieutenant! Verzeihung, Lieutenant! Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht! Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt doch mal, Connor! Wir haben Besseres zu tun! Bitte, Lieutenant! Vertrauen Sie mir! Mieten mal jetzt die Tracy, Mann! 30 Minuten kosten 29,99 Euro! Bitte bestätigen Sie den Kauf! Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck! Kauf bestätigt! Edenklapp wünscht Ihnen eine Art Lief! Ah, bitteschön! Schön, Sie kennenzulernen! Folgen Sie mir! Ich bringe Sie in Ihr Zimmer! Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße! Komm! Was zur Hölle machst du da? Oh, Shit! Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Oh! Oh! Ein blauhaariger Tracy läuft in Richtung des Eingangs! Oh! Aha! Und wer ist das eigentlich? Ach du heilige Scheiße, Alter. Okay, warte mal, der Typ? Fuck you. Ging zurück in den Club. Die ging zurück in den Club. Ging zurück in den Club. Okay, warte, 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 warte. Wahrscheinlich ihn hier. Komm her. Mach da nicht. Fuck you, man. Was mit ihr? Okay. Bodenraum. Oder Raum, oder Raum, oder Raum. Da muss doch einer von euch was gesehen haben, Alter. Jetzt kannst du doch komplett vergessen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. What the fuck, Alter. Der ist doch so ein Polizist vor E-Mail. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste... Let's go. In den blauen Raum. Okay. 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 Go, 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 go. Okay. Alter. Das ist ja Zeit einfach. Ich habe die Spur verloren. Chill doch. Brauch nicht. Fuck you. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwas Fehler gemacht. Ich bin auch dabei, Mann. Mann, der hat sich in einem Raum versteckt. Let's go, Alter. Oh. Connor, bester Mann. Connor, geile Sau. Klopf, klopf. Wo ist sie? Ja, das Zimmer verlassen. Wie? Ja, das Zimmer verlassen. Willst du mich gerade verarschen? Da ist sie gerade gelaufen. Ist durch den Mitarbeitereingang geflogen. Geflogen vor allem. Geflohen. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Betereingang. Hallo. Ah, hier. Rein da, komm. Connor, auf geht's. Könnt ihr? Ich übernehme das jetzt. Ach, auf einmal jetzt hat er Bock. Okay. Hallo. Ich suche das Lager. Okay. Ganz vorsichtig. Scheiße! Wir sind zu spät! Was hat er denn jetzt? Bleib doch mal ruhig, Alter. Wir haben eine Spur. Nicht wieder ablecken, bitte. Ja, klar. Lass dir schmecken, Connor. Gönn dir. Blaue Bluttröpfchen. Äh, Bluttröpfchen. Tag Addict. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben andere Dinge zu tun. Ach, jetzt rastet er wieder aus. Dann schaut er sich auf die Dinge konzentriert. R-A. R-A9. Engg, du bist viel zu leicht abzulenken. Viel zu leicht. Immer dieses R-A9. Hallo, Engg, geh weg. Geh weg! Hallo, lass mich hier raus! Alter. Hallo? Ist er bescheuert, oder was? Was ist das für ein Knopf? Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Und sie kaufen sich lieber in Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle schreien. Alter, Hank! Sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich hoffe es nicht. Okay, hier ist nicht richtig, ne? Was will ich mit der Schreib-Zeitschrift? Nein, super Mächte. Nein, super Mächte. Nein, super Mächte. Krasse, Kevin. Und du kannst mal die Zeitschrift gelesen. Aha. Loll! Was ist denn jetzt los, Alter? Fuck. Nein, nein, nein. Nein. Ich hab's doch... Nein, nein. am Zugerlieb. Schnell, sie entwischen uns. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Alter, wollt ihr mich verarschen? Connor hat die Schnauze voll. Fuck. Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ja. Ist vermutlich besser so. Ha. Vor allem Glück haben wir die nicht abgeknallt. Heilige Maria, du ey, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Alle, guck mal, das ist alles immer nur Verteidigung, was die machen, ne? Es fängt immer so an, jeder Fall fängt immer so an, als wären die alle mega böse und so, aber das ist einfach nur, die wehren sich halt. Das ist alles. Die wehren sich halt einfach. Zum Glück haben wir diesen fucking Kampf geschafft, ey. Wir hätten auch locker draufgehen können, oder? Mit dem Schraubenzieher und so. Boah. Conor, ey. Mach mich doch nicht schwach, Junge. Ui, 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 ui. Oh. Und Hank mag uns ein bisschen mehr. Alter, auch schon mal sehr schön. Oh, wir sind... Oh Gott. Das ist immer noch mein, mein, also mein Lieblingspärchen hier. Ich hab noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Richtig. Und es ist Weihnachten, da kann man Schnee mal haben. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden ins Slutkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slutko sie umbrachte. Slutko ist zum Glück tot. Den können wir auf den Scheißen. Arschloch Slutko. Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Wir bauen bestimmt auch gleich keinen Unfall. Oder so. Das sieht nicht gut aus. Mhm. Bleib sitzen, Alice. Ich weiß nicht wieso, aber diese Autositze sehen irgendwie so unbequem aus. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Da ist ein Schild. Es ist alles kalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Mhm. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Cara. In einer Unterkunft. Wir haben hier vorne ein Schild. Wir fallen nach rechts. Pirates, go off. Amusement Park, welcome. Geil. Da drüben. Da zieht doch ganz einhandend aus, oder nicht? Jetzt noch ein bisschen Licht. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Das ist doch alles nichts. Das ist halt alles auch offen und so. Das bringt da gar nichts. Das ist alles kalt. So windig, ja? Was ist er denn? Was ist er denn? Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben all einen Mordspaß. Ja, überhaupt nicht gruselig oder so. Scheiße. Scheiße. Aber acht! Die Gefahr aber dort, wo man sie nicht vermutet. Wo man sie nicht vermutet. Es ist ja genau dasselbe wieder hier. Das ist auch alles so windig. Hier fällt alles auseinander. Natürlich fällt hier alles auseinander. Es ist nicht leichter, ein Schabplatz zu finden. Das Dach ist einrissen. Sieht jetzt nicht wirklich stabil aus. Sieht drin sicher aus, findest du? Ich fand das jetzt eigentlich nicht so safe. Ich mein, was sollen wir sonst machen? Da ist noch ein Karussell. Das war's. Ich mach das. Das war's. Bumm. Na bitte. Verlauert da, wo man sie nicht vermutet. Dann mach's wenigstens Feuer. Danke. USS Iowa vermisst. Zuletzt in der Arktis gesichtet. Ja. Androiden-Band-Anwärter auf Musikpreis. Achso, Androiden-Band-Anwärter auf Musikpreis. Okay. Fanschreien, Traditionalisten weinen. Na klar, natürlich weinen sie. Wenn sich alles verändert, ist alles scheiße. Neue Wege, nein. Bloß nicht. Alles muss so bleiben, wie es ist. Okay. Alice. Alice viert. Ich mach das Feuer. Ja, dann aber ein bisschen rucki-zucki. Dann stört uns der Rauch nicht, so. Ja. Es sind noch Kekse da. Es sind noch Kekse da. Nein, ich bin nicht hungrig. Och Alice. Du musst hier aber essen. Eigentlich. Die haben doch schon gar nichts gegessen. Denn ich wüsste, wie lange die schon nichts mehr gegessen hat. Hallo? Deckel. Kissen. Jawohl. Alice. Eindenken. Schön einwickeln. Aber ruckzuck-tuch. Was hatten Sie denn jetzt? Glaubst du, wir sind eines Tages wie Sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie Sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm. Oh Gott, ey. Alice. Das ist alles, was zählt. Oh Gott, ey. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Cara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Einhorn. Brauch ich gar nicht überreden. Brauch ich gar nicht überreden. Das ist immer ein Einhorn. Das ist immer ein Einhorn. Ja. Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Oh. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen. Und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie. Einen Riesen. Einen netten Riesen. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Lüse? Lüse sagt auch gute Nacht. Ja, natürlich. Der Riese. Oh Gott. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ein ganz kleiner Moment. Einfach mal ein bisschen Frieden. Ruhe. Einfach mal sorglos kurz. Ein Liebesmädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Cara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Oh nein. Was ist denn jetzt los, Alter? What the fuck? Was? Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe. Habt keine Angst. Wir tun uns nichts. Wir sind wie ihr. Alter. Leute. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Die Jerrys. Ich schade jetzt. Ein Mädchen. Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Cara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Ey, Puls war ganz... Ey, du musst echt aufpassen, dass du hier kein Herzinfarkt kriegst, ne? Alter, ey. Jetzt sagen wir nicht, die machen das Karussell an. Sei unser Gast. Ja, die machen das Karussell an. Die Jerrys haben das Karussell vorbereitet. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Wie er sich einfach freut. Wie sie hüpfen. Die Dose. Die Dose. Die Dose. Oh. Oh. Ich bin den androisten von Cyberlife. Mein命 ist zu stopnigen die Deviant. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.